Mein Name ist Jutta Felte. Ich bin Bergischer aus Leidenschaft, wohne in Remscheidstamme aus Rade vom Wald und bin in der Fraktion für Integrationspolitik zuständig. Ich bin grün, weil grüne Vielfalt ernst nehmen. Die Vielfalt der Meinungen, die Vielfalt der Menschen. Es macht Freude basisdemokratisch, um den richtigen Weg zu ringen. Ich streite für eine offene, vielfältige Gesellschaft, in der alle unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrer Religionszugehörigkeit ihre Chancen erhalten und wahrnehmen können. In meiner Freizeit bin ich ehrenamtlich tätig und wenn ich dann noch Zeit habe, gehe ich gerne auf Reisen, wandere in der schönen Natur und nachts ließe ich Krimis. Meine Vision ist ein grünes NRW, in dem die Menschen zusammenstehen bei aller Unterschiedlichkeit und in dem Ökologie und Ökonomie keine Widersprüche darstellen.